Mit File Minimizer Server gewinnen Sie Speicherplatz auf Ihren File Server. Sie beschleunigen extrem die Backup-Zeiten und reduzieren Sie Datentransfer und Storage-Kosten. File Minimizer Server komprimiert PDF-Dateien, Microsoft Office-Dateien sowie Bilddateien direkt auf dem Daten- oder File Server von 50 bis 90%. Das ursprüngliche Format wird dabei bewahrt, sodass die Dateien bei gleicher Funktionalität und Qualität bearbeitbar bleiben. Es ist keine Dekomprimierung nötig. File Minimizer wurde so entwickelt, dass es sehr einfach zu bedienen ist. Dazu kann es auch über das Wochenende die Optimierung erledigen. Auf unserer Webseite balesio.com können Sie weitere Informationen über File Minimizer Server und unseren anderen Produkten erfahren. Testen Sie doch kostenlos File Minimizer und werden Sie selbst davon überzeugt. ", bis zum nächsten Mal, haben Sie O片 die